Meine Damen und Herren, jetzt hören wir nämlich It's Only a Paper Moon, begleitet von Gippert Henke am Piano und unserer Band und es singt The Voice of Paper Moon, Andrea Spatzek. Bitte schön, meine Damen und Herren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020